Meditation für geistige Anbindung Herzlich Willkommen zu dieser Meditation für die geistige Anbindung. Ich lade dich ein, dich in meditativer Haltung ganz bequem hinzusetzen. Wenn du es gut hast, dann schließe gerne deine Augen und halte einfach mal inne, so als ob du die Zeit anhältst, indem du deine Geschwindigkeit einfach mal die Hektik aus allem herausnimmst, deinen Blick von außen, äußeren Pflichten mal wegnimmst, hinein auf deine spirituelle Reise nach innen und schenke dir deine liebevolle Aufmerksamkeit. Als erstes verbinde dich bitte immer zunächst mit der Mutter Erde und indem du ein Lächeln in deine Füße hineinschickst, mit einem Lächeln voller Zuversicht dir irdische Wurzeln energetisch wachsen lässt und dir bewusst machst, ein starker Baum ist nur so stark, wie seine Wurzeln auch stark sind, denn dann kann er alle Stürme überstehen und damit verwurzle dich im Hier und Jetzt, fühle dich mit der Mutter Erde verbunden und fasse Vertrauen genau in diesen Augenblick. Atme entspannt ein und aus und komme in die Zuversicht. Und dann verbinde dich bitte mit dir selbst, indem du dir selbst ein Lächeln in deinen Herzensraum hineinschickst und dich in den Mittelpunkt eines Lebens stellst und in dieser meditativen, ruhigen inneren Haltung ganz bewusst dich selbst erträgst, die Begegnung mit dir selbst genießt, indem du interessiert an dir bist, aufmerksam deinen Herzschlag wahrnimmst. Du atmest ein, du atmest aus und wohlige Wärme beginnt sich in deinem Herzensraum auszubreiten. Du fängst an, richtig gern dich selbst zu spüren, sehr gerne in dich selbst hinein zu spüren. Und halte diese Ruhe aus, denn manchmal muss man sich ein bisschen an diesen Entschleunigungsprozess gewöhnen, bis dir kann nichts passieren. Du wirst nur dir selbst begegnen und vor sich selbst Angst zu haben brauchst du nicht. Öffne dein emotionales Herz in Liebe zu dir selber, indem du einfach mit einem Lächeln erfüllt, entspannt, bewusst einatmest und ausatmest. Alles andere ist unwichtig. Und erst jetzt durch starke Wurzeln, starke Verbindung mit dir selbst, verbinde dich auch mit dem Himmel, indem du ein Lächeln zum Himmel in deine himmlischen Wurzeln hineinschickst, den weiten Himmel über dir spürst, dein Horizont sich weitet und dir visualisierst, wie aus dir heraus eine Lichtsäule erstrahlt und hinauf in die himmlische Sphären strömt, deine geistige Anbindung stärkend. Und schon erlebst du dich als geistiges Wesen selbst, als ein großes Licht auf dieser Welt und von Licht durchflutet. In dieser Lichtsäule atmest du das Licht schön ein und alles verbrauchte Energie aus und erlaube dir für deine geistige Anbindung, deinem Mind ganz bewusst leer zu werden. Denn gerade die Gedankenlehre bringt durch die geistige Anbindung die Inspiration, den Geistesblitz, der dich im Leben weiterbringt. Und heute erlaube dir frei von Erwartung, einfach nur leer in dir zu werden, zu entschleunigen und mit jedem Atemzug dir Zeit zu lassen, innerlich automatisch in dir aufzuräumen. Nimm bewusst wahr, du atmest tief ein, atmest das Licht in jede deiner Körperzelle ein. Mit dem Ausatmen lässt du alles Verbrauchte an Energie los. Und du erlebst dich in deiner körperlichen Leichtigkeit als ein geistiges Wesen, das irdische Erfahrung macht. Dein Energiefeld wird größer und größer und dein Lächeln voller Güte und Geborgenheit erstrahlt. Leerer und leerer wird es in dir. Die Liebe fühlt dich. Du atmest tief ein und aus, tankst deine Energiereserven auf für dein einzigartiges Leben. Und so gönne dir noch ein paar tiefe Atemzüge Zeit, deine Energiereserven aufzufühlen. Und du fühlst, wie dein Energiefeld größer geworden ist. Die Energie, deine Zellen durchfluttet, an deiner Haut ist fein kribbelt und wie ein Lichtwesen von Liebe erfüllt. Kommst du langsam in das Tagesgeschehen hinein, schenkst deinem Leben ein Lächeln. Öffnest deine Augen und in Dankbarkeit verbeugen wir uns gemeinsam. In unserer geistigen Anbindung vor der himmlischen Kraft. In unserer Dankbarkeit verbeugen wir uns voreinander, voller Wertschätzung für die Begegnung. Und voller Dankbarkeit verbeugen wir uns vor uns selbst, für unsere Liebe und die Erinnerung an unsere geistige Kraft. Wir sehen uns beim nächsten Mal.